ja und damit ein herzlich willkommen wieder zurück zu resident über sieben demo es ist ein neuer update erschienen und anscheinend hat sich da sachen geändert und wir werden erstmal testen ob das auch stimmt ja 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 Capcom. Weiter. Ah. Was ist denn hier los? Hat sich ja total geändert. Was haben wir denn hier? Okay. Telefonsymbol. Was meinen die damit? Machen wir mal ein. So. Ja, und nochmal, damit ein herzliches Willkommen zu Resident Evil 7 Teaser. Beginner Horror. Es ist ein neuer Update erschienen. Für die Playstation 4. Und wir werden jetzt das spielen. So, Spiel starten aber jetzt. Resident Evil. Ja, und da fangen wir wieder gleich an. Aber in dem Haus sind neue Bereiche. Wie ich gehört hab. Und da liegt ne Zettel. Ich werde sie an den Stein zerschmettern. Okay, das können wir. Können wir das umdrehen? Nein. Hä? Das Bild hat sich geändert. Das Bild hat sich geändert. Krass. Bei der erste Demo, wo wir das gespielt haben, war nur der Typ da drauf. Oh shit. Okay. Das haben die jetzt hier geändert. Hier sieht man seine Familie. Der hat zwei Kinder. Und ihre Frau wahrscheinlich. Ja, und es ist auch ein neuer Trailer erschienen. Hier haben wir ja das Hebel. Zieh mir mal. Es gab ja dieser Dummy Finger. Und man könnte ja das nicht lösen. Vielleicht kann man jetzt das irgendwie... Oh shit. Oh shit. Warte mal. Ach, guck mal. Das haben die auch geändert. Inventar. Nicht schlecht. Okay, das ist alles. Also So jetzt haben wir hier Strom Aber bevor wir weiter gehen Wir gucken mal hier mehr Vielleicht gibt es hier was Oh man Oh oh Okay keiner da Oh was ist denn hier los Warum sieht hier so Gammisches aus Okay das haben die auch geändert Was war das denn Ich glaube da ist jemand drin Okay hier ist alles normal Und hier müssen wir diese Oh shit Puppenfinger Ja genau Objekt untersuchen Oh man Ich höre überall Geräusche Ach du Scheiße Wie es aussieht hat sich hier jede Menge geändert Also fast Das Bereich ist gleich aber Da sind sehr viele Sachen neu gekommen Zum Beispiel dieser Geräusch Was da eben war Gab es ja nicht Boa Boa Moher Ist das denn jetzt hier Okay. Ach du Gott. Hier ist ein neuer Bereich. Oh. Okay. Hier haben wir diese Hubschrauber mit Umbrella-Zeichen. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Jemand da? Hallo? 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 Okay. Ja, krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Okay, hier liegen. Fernseher. Oh, was haben wir hier? Kellerschlüssel. Wo? Ah, ist das hier die Kellerschlüssel oder was? Warum kann ich das nicht benutzen? Ja, ja. Okay, hier ist abgeschlossen. Was ist das? Ah, Pistolenmunition. Geil. Geil. Untersuchen. Ist ja mega geil. Vielleicht bin ich auch Pistole. Wer weiß. Wo man soll ich das annehmen? Sonst kommt der Typisch. Dann killt er uns wieder. Ist mir scheißegal. Ich nehme das jetzt. Okay, das war ein guter Hinweis. Alle Türen gehen auf, aber manche nicht. Ach du Scheiße. Das war mir klar, dass das passiert. Ich wusste es. Dill. 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 Okay, ich glaube jetzt fangen wir von vorn an. Das ende des fahrts ist nah, treten sie dem Botschafterprogramm von Resident Evil bei. Treffen sie die Bakers am 24. Januar 2017. Ja, die Bakers. So. Kommt da noch was? Okay, dann zweite Runde würde ich mal sagen. Okay. Okay, wir haben nichts mehr. Oh oh. Wo bist du? Wo bist du? Komm her, Junge. Ja. Ich glaube die Tür kriegen wir jetzt auf, wette ich drauf. So, erstmal hier Dummyfinger nehmen. Nach oben gehen wir nicht. Warte, jetzt muss ich mal hier ein bisschen checken. Oh shit. Hä? Fehlt hier irgendwas? War hier kein Schrank? Hm. Was kommt da? Äh, lecker. Was kommt da? Äh, lecker. Oh. Warte, was macht da? Ehh. Ehh. Was war das? Bolzenschneider, oh man, diese dreckige Puppe schon wieder. Warte mal, kann ich jetzt nicht hier nach oben, irgendwie platzieren, ah, okay. So, das hätten wir, jetzt haben wir eine Kassette, machen wir das, verfallenes Haus. Was ist das? Alter. Ach, ne. 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 So, jetzt können wir die Kassette benutzen. Ach. 1. Juni 2017. Boo. Tschüss. Schauspieler. Ich arbeite mit Professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time, I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithead. Happy? Ecstatic. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. Get out of the way. It's life. After you. So, why are we in hell this time? Oh man. What's the prep? Shitty howls, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. How was it anchor, you know? Weekend sub, peep. Not anchor. What's that? Nothing. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Abandoned farmhouse. Missing family. Foul place suspected. The usual. How long you say this place has been abandoned? Two years ago. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies. The Bakers. Jack and Marguerite Baker. Mm-hmm. A lot of bad rumors about their son Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit. I don't know I should wear my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Wo ist Andre? Komm, nimm das Drittisch. Nein. Wahrscheinlich ist er tot. Hallo? Was soll die Scheiße? Na endlich! Okay weiter geht's! Woher soll ich das wissen? Du steigst mit mir! Okay hier haben wir den Kopfhörer immer noch. Nach oben kommen wir eh nicht. Oh shit! Oh shit! Hast du das gehört? Andre? Wer ist der? Woher soll ich das wissen? Andre wo bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du hast mich nicht zufrieden. Okay, neue Sache. Wir finden Andre und gehen. Ich will dich auch mal sagen. Na los, bewege deinen Hintern. Ja. Komm, geh du mal vorne. Du Scheißhase. Oh, da ist der. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! What the fuck man! Fuck! Whoa! No! Ach du Gott! ich werde dich an den stein zerschmettern träum weiter was war denn los ok hier haben wir den hintertürschlüssel wenn wir aber daraus können sind wir tot das ist mehr oh mein gott und der ist weg so liebe freunde ich würde mal sagen wir machen genau hier schluss mit dieser folge und in der nächsten folge geht es natürlich weiter schön dass ihr da wart und bis zum nächsten mal